ok wir brauchen holz wir brauchen steine wir brauchen alles wir brauchen einfach alles vor der nacht so hallo und herzlich willkommen zurück vor der nacht bei ohne excites ja leichtes deja vu hier ich bin wieder am anfang meiner reise ich bin hier mit den server einstellungen nicht so ganz klar gekommen schön und gut dass das equipment voll leer geballert wird wenn man stirbt aber dann ist ehrlich gesagt nichts für mich von daher habe ich diese geschichte jetzt ausgestellt auf dem server also wenn man stirbt bleibt auf jeden fall das equipment da und ist nicht einfach verloren ja so jetzt versuche ich mal meine schöne insel da wieder zu finden werden ein paar sachen mitnehmen auf dem weg dahin damit wird uns da schön gemütlich machen können erst mal ja mein weiterer plan wäre dann wenn ich etwas besser ausgestattet bin würde ich halt ganz gerne richtung norde norden ziehen schauen wir mal das muss ich meine insel wieder finden dieses krokodil was sind hier schon wieder für eine spannende musik Okay. Ich sehe schon wieder dieses Vieh, was jetzt da losstartet. Mich quasi wieder... Ja, wir nehmen schon mal Pflanzen, Fasern und alles mit. Die können wir nachher gebrauchen. Auf jeden Fall. Wir können ja schon einiges bauen jetzt auch. Okay, Steine brauchen wir auch. Und jetzt geht es weiter Richtung... Können wir schon? Können wir noch nicht. Wir haben noch nicht genug Kram hier. Können wir auch noch nicht. Oh, noch nichts hier, ey. Hier Stücke. Aber laufen wir erst mal weiter. Bis wir wieder da sind, ey. Das ist ja echt eine lästige Landschaft hier, ey. Ja, tut mir leid, dass ich euch hier noch mal mit durchschleppen muss. Aber so ist das halt, wenn man ein bisschen blöde ist, ne. Aber weil das ist blöde. Woher sollte ich das wissen? Gut, ja keiner ahnen, ne. Hier sind noch ein paar Steine, die wir mitnehmen können. Wobei, dann hat mir auf meiner Insel alles besser gefallen hier. Ich konnte nicht viel besser looten. So, und jetzt müssten wir gleich eigentlich wieder an dieser Insel sein. Schauen wir mal. Problem ist, hier rennen überall irgendwelche Viecher rum, die nur auf viel zu gefährlich sind. Ich will jetzt auch nicht hier vollcheaten und jetzt alles total einfach machen mit den Monstern und so. Ein bisschen spielen wollen wir ja doch, ne. Aber, ey, wie gesagt, ey, also da hätte ich jetzt keinen Nerv drauf hier. Alles, was du gesammelt hast, ist weg, ey. Das kann nicht deren Ernst sein, oder? Wer spielt denn so eine Hardcore-Einstellung, ey? Jo. Das hört sich doch schon eine Ärger an. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 geschwimmen. Der ist wasserscheu. Da ist unsere Insel. Theos Island ist da. Okay, wir können auch tauchen. Ich hasse ja Spiele, in denen man tauchen kann. Da sterbe ich nur tausend Tauchtode in solchen Games. So, jetzt sind wir wieder auf unserer Insel. Und dann können wir hier als allererstes gleich so eine Strommatratze bauen, dass wir nicht nochmal hier laufen müssen. Sonst kriege ich nämlich hier eine Vollkrise. Strommatratze. Oh, ich brauche einen Zwirnbräu noch. Okay. Wie viel Bräu denn dafür? Drei Stück, ey. Drei Stück, drei Stück. Nochmal zehn fertig hier. Wobei, ich glaube, dann habe ich wieder nichts mehr, ne? So, das dürfte reichen. Mach das. Bau das. Und dann legen wir das sofort da hinten in den Schatten. Damit wir hier in Sicherheit sind. So, bauen wir erstmal hier so eine Basis. Das war ja gerade ganz cool eigentlich. So. Spawnpunkt aktualisiert. So, jetzt können wir uns nämlich ein bisschen mehr in Ruhe hier den anderen Klamotten widmen. Das baust du bitte. Das baust du bitte. Ach, kann ich wieder alles in die Bauung. Ich habe wieder nicht genug Kram hier. Okay, aber jetzt sind wir hier auf unserer Insel. Jetzt können wir hier ganz in Ruhe sammeln und craften. Wie es der Arzt kommt. Selbst wenn das doofe Krokodil jetzt kommt, dann sterben wir halt. Ich hoffe auch. Ich hoffe echt, dass das jetzt auch funktioniert. Ich habe es nicht probiert vor in der Nacht. Aber gut, werden wir dann sehen. So, sammel ein die Pflanzenfasern. Genau. Stöcke brauchen wir auch ohne Ende. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Du bist eine Stiege aufgestuft. Ich gehe mal zurück zu meinem Bett. Oh, da höre ich doch schon wieder irgendwas, ey. Vielleicht soll ich auch nicht direkt am Bett hier craften. Dass der wieder belebt wird und das Vieh haut mich sofort wieder weg. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so gut. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so craften können. Das bräuchte ich einmal. Eine Buchse brauche ich. Ein paar Schlappen. Äh, ja. Und dann brauchen wir gleich eine Hacke. Hacke brauchen wir auch noch. Steine. Wir brauchen mehr Steine. Vielleicht erstmal eine Steinhacke machen sollen. Nicht doof. Oh, Fettwurm. Mh, eine Fettraupe. Oh, lecker. Die schmecken. Ich kann euch das sagen, Freunde. Die schmecken. Mh. Mh, gut, 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 gut. Probe Gamaschen. Super gut. Ich kann wahrscheinlich erst abholzen, wenn wir so ein Ding fertig haben. Da sind noch... Schuhe sind noch fertig. Sehr gut. Da ist das Koko. Ne, komm, hau ab, ey. Hau ab, Koko. Ja, woanders sammeln. Ach, guck mal. Ich habe hier schon so eine Axt jetzt. Sehr gut. Was ist hier mit dem Ding? Nicht genug Steine, ey. Ich kriege einen Karras. Ich kriege einen Karras. Da ist noch eine Fettraupe. Ich glaube, ich stehe braten. Okay. Hier sind Steine. Das müsste ich da schon machen können, oder? Ja, die ist auch gleich fertig. Dann nehmen wir direkt die Stein-Axt hier. Können wir damit weiter kloppen. So. So. Weil ich jetzt nicht finde, dass hier jetzt weniger langsam kaputt geht. Oh, Holz, ey. Geht aber mal. Wie Butter. Wie geschnitten Butterbrot. Alter Schwede, ey. Okay. macht das wieder fair. Kann ich die auch reparieren irgendwie? Geht halt auch. Ablegen. Reparieren. Ah, okay, cool. Okay, jetzt können wir mal wieder was kaufen hier. An Klamotten irgendwie. Überleben. Üh mir, Alter. Was soll ich denn damit? Steinmetz-Lehrling. Reparaturhammer. Sandstein-Decke, Sandstein-Türrahmen, einfach Holztür, Sandstein-Säule, Sandstein-Rahmen, Sandstein-Keil. Okay. Holzkiste. Für die Aufbewahrung von Gegenständen. Schellenfackel. Okay. Ja komm, kaufen wir doch mal lustig weiter, oder? Ein Freischalten. verfügbar drei. Nehmen wir die Holzkiste doch auch gleich mit. Und das lustige Fackel-Set. Können wir auch mitnehmen, oder? Oh. Oh, oh, oh. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal zurück. und bauen wir mal ein Feuer auf. An unserer Decke. An unserem Deckchen. So. Okay, Alter, ist das nicht ein bisschen unübersichtlich mit der Zeit. Lagerfeuer. Da kann ich jetzt Sachen drüber machen, oder was? Runtime on. Okay, also ich könnte jetzt hier Holz reinknallen, oder was? Holz? Hä? Werkstatt? Handwerk. Also ich könnte hier oben... Ne. Verstehe ich nicht. On, off, Warteschlange. Rall ich nicht. Ich will aber nicht alles. Ich hole da jetzt nicht so viel Holz rein. Aufteilen. Nehmen, alles nehmen. Ah, okay. Okay, und dann kann ich da mal ein Fisch beraten, oder was? Sehr schön. Okay, dann haben wir das auch schon mal geschnallt. Oh, da ist es jetzt schon. So, jetzt gehen wir mal hier aufs Ganze. 14 Minuten. Ich versuche den jetzt mal zu töten, was nicht klappen wird. Und dann werden wir sehen, ob unser Inventar danach noch voll ist. Okay, wir sind tot. Und jetzt gucken wir mal, ob unser Inventar noch da ist, ey. Bitte. alles noch da. Alles noch da. Hervorragend. Alles noch da. Sehr, sehr schön. Okay. Tür, okay. Wir brauchen Zwirn ohne Ende. Wir brauchen Holz ohne Ende. Schrägdach aus Stroh-Pflanzenfasern. Okay, wir brauchen jetzt hier Kram ohne Ende. Werkbank können wir vielleicht noch bauen. So, und dann müssen wir mal schauen, wo die hinstellen. Stellen wir mal einfach hier eine Werkbank hin. So, fünf. So. Hier schön. So. Schöne Werkbank. Kann ich hier ja jetzt machen. Werkstatt. Schellenfackel. Die kann ich jetzt hier bauen, oder was? Verstehe ich noch nicht. Das verstehe ich noch nicht. Naja, ist egal. Wir machen erstmal weiter hier mit unserer wilden Abholzerei. Steine. wir brauchen Holz, wir brauchen Steine, wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles vorne in der Nacht. Und jetzt nimmt uns auch keiner mehr weg, wenn wir tot sind. Das ist sehr gut. Was ist hier denn hier? Oh, oh, wo war das? Das war auf jeden Fall nicht gut. war zu nah dran. Wer ist das? Will ich das? Liege ich da tot? Jo. Da liege ich tot rum. Fidibum. So. Oh, 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 oh. So, können wir nicht langsam mal so eine kleine Hütte wenigstens bauen, ey. Was ist überhaupt, hat der hier keine Holzhütte mal irgendwie oder so? Das wäre doch auch mal geil. Heute Nacht, wir werden mal in der nächsten Folge gucken, ob wir hier irgendwie eine Holzhütte bauen können. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, euer Theo da. Lasst einen Daumen hoch, abonniert den Channel, wenn ihr keinen zocken wollt. Kommt ruhig mal auf den Server, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.